Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, mein Name ist Stefan und heute gibt es den zweiten Teil der 5 Minuten Raw Challenge. Der erste Teil ist ja relativ gut angekommen bei euch und deswegen dachte ich, drehe ich einfach mal gleich eine zweite Folge. Wir bearbeiten heute wieder zwei Bilder, ich habe jeweils 5 Minuten dafür Zeit. Die Bilder sind von euch eingeschickt worden, ich habe also keine Ahnung, was ich genau machen werde. Ich habe da jetzt noch kein Konzept mehr überlegt, sondern die Challenge ist, ich habe 5 Minuten Zeit und hole da das Beste raus, was geht in Lightroom. Das erste Bild hat uns der Patrick zugesendet, vielen Dank an dieser Stelle dafür, ein super schönes Landschaftsbild und meine 5 Minuten laufen ab jetzt. So, als erstes werde ich auf jeden Fall die Belichtung im Bild etwas nach oben ziehen, denn das Bild ist etwas dunkel geraten. Ich sage ja selber immer, man soll für die Highlights oder für die Lichter das Bild belichten. Dann muss man natürlich immer gucken, dass man dann trotzdem das Bild immer wieder ein bisschen heller zieht und vor allem die Schatten dann ein bisschen aufhält, also die Tiefen. Das werde ich jetzt hier auch mal tun, allerdings nicht zu viel. Ihr kennt das ja, dass man dann gerne die Lichter oder die Tiefen hier auf plus 100 setzt. Das würde ich an dieser Stelle gar nicht machen, sondern so ungefähr auf plus 40 würde ich gehen. Dann hat man hier so ein paar Details drin, aber ich würde es auch nicht viel heller machen. Die Lichter werde ich gar nicht abdunkeln, denn wie gesagt, das Bild ist relativ dunkel und die Lichter sind sehr gut ausbalanciert hier im Moment. Dann werde ich mit gerückter Alt-Taste die Weißwerte noch etwas nach oben ziehen, einfach um das Histogramm hier so ein bisschen ausgeglichener zu machen hier oben. Nun, so gefällt mir das schon ganz gut. Vielleicht ein klein bisschen die Schwarzwerte, aber nicht viel. Den Kontrast werde ich insgesamt noch ein Stück erhöhen. So, und dann geht es mal um den Weißabgleich. Ich finde das Bild relativ blau, obwohl hier, ja, es sieht nach einem Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang aus. Das weiß ich jetzt nicht, was das genau ist. Deswegen würde ich es noch ein bisschen, würde ich es noch ein bisschen mehr einfärben Richtung Gelb, also so ein bisschen wärmer gestalten, das Bild. Auf jeden Fall auch ein bisschen die Magenta-Töne anheben. Ja, so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Dann werde ich auf jeden Fall einen Verlaufsfilter setzen. Wo ich die Belichtung hier etwas nach unten setze und dann mit gedrückter Shift-Taste hier mal so einen Verlauf setzen. Dadurch wird der Verlauf komplett gerade und der Himmel wird einfach noch ein bisschen abgedunkelt und ich balanciere damit so ein bisschen die Belichtung im Foto einfach aus. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Vielleicht sogar noch ein Stück die Temperatur anheben und auch ein bisschen mehr Magenta in den Himmel setzen. Ja, das gefällt mir ganz gut. Perfekt. Dann müssen wir auf jeden Fall das Bild begradigen, denn ihr seht, es kippt so ein bisschen nach rechts weg. Das kann man entweder per Hand machen oder mit dem Winkelwerkzeug hier. Ich nutze ganz gerne das Winkelwerkzeug dafür, denn das wird dann dadurch wirklich sehr genau. Und jetzt haben wir ein schön gerades Bild. Was jetzt noch auffällt, der Ausschnitt ist, also der Horizont liegt genau in der Mitte vom Ausschnitt. Und in der Landschaftsfotografie, man kann es machen, wenn man schöne Spiegelungen zum Beispiel hat. Ich tendiere aber immer dazu, diese ein Drittel, zwei Drittel Regelungen so ein bisschen zu überachten. Wenn ihr jetzt noch nichts damit anfangen könnt mit diesem Begriff, dann mache ich vielleicht irgendwann mal ein Video dazu. Aber die meisten hoffe ich oder denke ich mal, dass wir mit diesem Begriff etwas anfangen können. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen was von dem Himmel wegnehmen, weil das ist eigentlich der Part hier oben, der am wenigsten interessiert. Hier vorne im Vordergrund passiert ja eine ganze Menge. Hier haben wir schöne Steine, hier haben wir Gras, eine Spiegelung und so weiter. Der Himmel hier oben, der interessiert eigentlich weniger. Deswegen würde ich hier von dem Himmel einfach ein bisschen was wegschneiden. Und vielleicht sogar hier auf der Seite auch noch ein bisschen was wegnehmen. Wichtig ist, dass das Ding hier auf jeden Fall komplett mit drauf ist auf dem Bild. Aber ich denke mal, so ist es vom Ausschnitt hier einfach ein bisschen besser fürs Auge. Ja, das ist jetzt einfach persönlicher Geschmack, aber ich persönlich denke, dass es so ein bisschen besser aussieht. Die Klarheit werde ich jetzt noch ein Stück weiter heruntersetzen. Ich kann euch ja mal zeigen, was passiert, wenn man die nach oben setzt. Ja, ich denke, dass es jedem klar ist, dass das nicht zielführend ist, wenn man die Klarheit hier nach oben setzt, sondern eher so ein bisschen nach unten setzt, das ganze Bild so ein bisschen absoftet, weil dieses ganze Bild sowieso relativ soft ist. Und von daher wirkt das dann ganz gut. Die Dynamik können wir aber noch ein bisschen nach oben setzen, da das ganze Bild noch relativ lau wirkt. Und dafür die Sättigung so ein ganz kleines bisschen rausnehmen. So gefällt mir das schon ganz gut. Ich gucke nochmal in die Farbtemperatur, ob ich das Bild noch ein bisschen... Ja, nicht zu viel. Sonst sieht es so aus, als hätte man so einen billigen ND-Filter benutzt. Das soll es ja auch nicht sein, aber... Ja, so in die Richtung gefällt mir das schon ganz gut. Gut, den Verlaufs-Filter, den mache ich noch ein bisschen stärker. Dadurch, dass wir jetzt das Bild gedreht haben, ist dieser Verlauf auch mit gedreht worden, was dann auch nicht ganz zielführend ist. Ich nehme den mal komplett nochmal raus, mache den nochmal neu. Und mache ihn noch ein Stück dunkler. Ja, das gefällt mir besser. So sieht das Ganze sehr gut aus. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn ich habe nur noch eine gute halbe Minute Zeit. Was ich noch machen möchte, ist, ich möchte auf jeden Fall hier noch so ein bisschen Dodge & Burn machen. Und dafür nehme ich jetzt hier mal den runden Verlaufs-Filter und mache hier einfach noch so ein paar Punkte rein, wo ich ein bisschen Belichtung reinhaue, einfach um das ganze Bild noch so ein bisschen interessanter zu machen. Einen nehme ich hier noch mit rein, wo ich diese Steine hier noch ein bisschen aufhelle. Ja, das hat einfach noch so ein bisschen, das gibt dem ganzen Bild noch so ein bisschen Charakter. So, jetzt habe ich nur noch 10 Sekunden. Ich werde das Bild auf jeden Fall noch schärfen. Profilkorrektur bringt an dieser Stelle nichts, weil wahrscheinlich eine Linse verwendet wurde, die Leitung noch nicht kennt. Aber 5 Minuten sind jetzt um. Von daher, das wäre jetzt meine Version. Man könnte noch eine ganze Menge mehr machen. Ich würde jetzt vielleicht noch eine Vignette drumherum setzen und so weiter. Allerdings, die 5 Minuten sind um. Das ist die klare Regel in diesem Video. Nach 5 Minuten darf nichts mehr gemacht werden. Aber wir können jetzt nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich ziehen. So sah das Bild aus am Anfang. Und so sieht das Bild aus nach meiner Bearbeitung. Ja, also man könnte jetzt hier den Himmel noch ein bisschen weiter abdunkeln. Aber wie gesagt, 5 Minuten. So sieht mein Bild aus. Patrick, du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es dir gefällt. Vielleicht gefällt dir deine Version auch deutlich besser. Das kann durchaus sein. Aber ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen Inspiration geben vielleicht, um vielleicht auch das Ganze mal ein bisschen anders zu bearbeiten. Gut, kommen wir mal zum zweiten Bild. Und das ist vom Max. Der hat mir auch ein schönes Bild zugeschickt. Das ist, glaube ich, in den USA. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe dieses Motiv auf jeden Fall schon mal gesehen. Und ja, ein sehr schönes Bild auf jeden Fall. Was mir jetzt am Anfang so ein bisschen auffällt, ist, dass dieser Bereich hier extrem ausgebrannt ist. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch eine unterbelichtete Version von diesem Bild hast, die man dann rüberblenden könnte in Photoshop. Das ist jetzt hier an dieser Stelle überhaupt nicht nötig, beziehungsweise auch gar nicht möglich, denn wir arbeiten nur mit Lightroom. Aber ich setze jetzt einfach mal meinen Timer wieder auf 5 Minuten. Und ab geht's. So, wie gesagt, also hier unten diesen ausgefressenen Teil. Ich kann mal gucken, ob ich das noch so ein bisschen beheben kann. Allerdings, ihr seht schon, selbst wenn ich die Lichter komplett nach unten setze, sieht das einfach nicht gut aus. Das wird einfach nur grau. Aber Details sind da halt nicht mehr vorhanden. Deswegen müssen wir das an dieser Stelle auch gar nicht erst probieren, sondern dann würde ich eher das so lassen und diesen Teil halt einfach ausgebrannt lassen. Und das restliche Bild wirkt einfach. Die Tiefen kann man so ein ganz klein bisschen auffällen. Und was das Bild auf jeden Fall braucht, ist viel Kontrast, denke ich mal. Deswegen setze ich hier mal den Kontrast so auf 40. Jetzt kann ich die Lichter doch ein bisschen abdunkeln. Und insgesamt ein Stück mehr Belichtung noch reingeben. Dadurch brennt das hier halt noch mehr aus, aber das wirkt halt auch irgendwie, weil man hier auch diesen feinen Sand, diesen Staub durch diesen Lichtspot hier sieht. Also das hat auf jeden Fall eine coole Wirkung, das ganze Bild. Mit gedrückter Alltaste werde ich die Schwarzwerte noch etwas nach unten ziehen, um ein bisschen mehr Kontrast noch reinzukriegen. Ja, so gefällt mir das schon sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht vom Weißabgleich, ob das schon so cool ist. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, wie es wäre, wenn ich es so ein bisschen abkühle, das Bild. Hat irgendwie auch was, wenn es nicht ganz so krass orange ist. Deswegen, ich glaube, ich ziehe das hier so ein bisschen weiter runter und jetzt, ob ich mal was passiert, wenn ich noch so ein bisschen Magenta dazugebe. Hat irgendwie eine coole Farbigkeit. Die genaue Farbigkeit müsste man dann wahrscheinlich in Photoshop machen. Da gibt es einfach viel bessere Methoden, um das noch besser kontrollierbar zu machen. Jetzt gucke ich mal, was ich mit der Klarheit hier mache. Ich glaube, in diesem Bild wirkt die Klarheit, wenn man hier so ein bisschen Klarheit reinsetzt. Also Minus-Klarheit würde ich hier auf keinen Fall machen. Aber wenn man hier so die Klarheit auf plus 20 setzt, dann hat das Ganze irgendwie eine coole Wirkung, weil wir hier extrem coole Strukturen haben, die dann damit noch ein bisschen betont werden. Die Dynamik setze ich auch ein Stück hoch. Und die Sättigung ein ganz klein bisschen runter. So gefällt mir das schon sehr gut. Jetzt können wir hier mal weiter runter gehen. Ich werde das Bild auf jeden Fall schärfen auf einen Betrag von 80. So wie immer. Und mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze dann wieder ein bisschen aus, dass wir nur die Kanten schärfen. Also alles, was jetzt weiß ist, wird geschärft. Alles, was schwarz ist nicht. Das kennt ihr ja schon. So, dann werde ich auf jeden Fall die Profilkorrektur noch aktivieren. Ja, das macht eine ganze Menge hier nochmal aus. Macht das ganze Bild sogar fast ein bisschen zu hell. Man kann jetzt mal gucken. Vielleicht nehme ich jetzt die Belichtung wieder ein Stück runter. Sonst wirkt das Ganze ein bisschen zu hell irgendwie. Ja. So gefällt mir das deutlich besser. Und was ich jetzt noch machen kann, ist zum Beispiel hier mit den Sättigungswerten der einzelnen Farbregler so ein bisschen zu spielen. Ich werde das orange noch so ein bisschen rausnehmen, weil das meiner Meinung nach wirkt das Bild besser, wenn es nicht ganz so gesättigt ist. Ja, so gefällt mir das schon sehr gut. Mal gucken, ob eine Vignette funktioniert an diesem Bild. Das ist jetzt, ihr seht ja, das ist bei mir auch einfach Try and Error. Also wenn ich so ein normales Tutorial für euch aufnehme, dann bereite ich mich da halt auch einfach drauf vor oder habe das Bild schon mal irgendwie bearbeitet und kann euch das dann relativ einfach zeigen, wenn ich das das erste Mal mache, so wie jetzt. Dann probiere ich auch einfach auch viel aus, wie es wirkt und genau so soll es ja auch sein. So, ich kann hier unten auch noch in die Kamerakalibrierung gehen und das Profil mal erinnern. Ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich Camera Landscape auswähle. Ja, das gefällt mir sehr gut. Wir kriegen so ein bisschen rötlichen Touch noch rein und noch ein bisschen mehr Kontrast, gerade in den Tiefen, was mir hier sehr gut gefällt an diesem Bild. Und ja, jetzt können wir mal gucken, was hier passiert, wenn wir an den Primärwerten in Rot noch so ein bisschen rumspielen. Jetzt können wir das ganze Bild etwas rötlicher machen oder etwas weiter Richtung Gelb gehen und das gefällt mir nicht ganz gut, wenn wir hier so ein ganz klein bisschen mehr Richtung Gelb gehen und die Sättigung setze ich ein ganz kleines bisschen zurück. Ja, aber so hat das ganze Bild schon eine sehr coole Wirkung. Was wir übrigens noch probieren können, ist, den Dunst-Entfernen-Regler. Der ist ja auch noch relativ neu in Lightroom, aber den können wir auch noch probieren. Der gibt ja auch noch so ein bisschen Kontrast hier mit rein, aber anderen Kontrast als der normale Kontrastregler. Und auch der gefällt mir relativ gut, deswegen gebe ich hier auch noch so plus 10 noch mit rein. So gefällt mir das Bild schon sehr, sehr gut. Ich kann da übrigens noch probieren hier in der Teiltonung. Wäre jetzt noch eine Idee, die Schatten so ein bisschen bläulich einzufärben. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Wirkung hat, ob das eine gute Wirkung hat, aber irgendwie sieht es doch ganz cool aus, wenn man so ein ganz bisschen bläulichen Touch noch in die Schatten mit reingebt. Gefällt mir so sehr, sehr gut. Ja, jetzt habe ich noch 15 Sekunden. Ich überlege gerade nochmal, ob ich noch irgendwas machen würde, was man jetzt tatsächlich auch in Lightroom machen kann. Also in Photoshop könnte man jetzt hier noch eine ganze Länge machen, aber in Lightroom denke ich mal, wäre das jetzt erstmal so meine Standardbearbeitung, die ich durchführen würde. Und jetzt sind die 5 Minuten auch um. Das ist mein Ergebnis nach 5 Minuten. Wir können uns das ganze Bild nochmal angucken in der Ansicht, wo es angekommen ist. Also so sah das Bild ganz am Anfang aus. Ja, und es sind gar nicht so viele Änderungen, die jetzt entstanden sind, aber nach meinen 5 Minuten sieht das ganze Bild so aus. Ihr seht also, ich habe eigentlich hauptsächlich Kontrast hinzugegeben. Ich habe es von der Farbigkeit noch ein ganz klein bisschen abgeändert, aber der Hauptaugenmerk lag hier tatsächlich einfach nur darauf, dem Bild noch ein bisschen mehr Kontrast zu geben. Dadurch ist dieser Lichtstrahl hier noch ein bisschen weiter hervorgekommen. Die Textur hier um das Bild herum ist noch ein bisschen deutlicher herausgearbeitet worden. Und das ist eigentlich auch alles, was das Bild braucht. Von der Komposition her ist das ein super Bild, wie ich finde. Und ja, danke dafür, Max, dass du das Bild eingeschickt hast. Das waren die beiden Bilder, die ich in dieser Folge bearbeitet habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr selber daran teilnehmen wollt, wenn ihr mir selber mal eine RAW-Datei schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Unten in der Beschreibung steht nochmal genau, wie es gemacht werden muss. Und ich habe jetzt auch noch einige Bilder hier, die ich bearbeiten kann in den nächsten Wochen. Wenn es euch weiterhin gefällt, dann, wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne, wenn ihr irgendwas anders machen würdet und so weiter. Und lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.